Wenn man so viel trainiert und sich auf einen Ironman vorbereitet, macht es eigentlich Sinn, das ein bisschen mit der Familie oder dem Freundeskreis abzusprechen, weil man ja doch dann nach der Arbeit eigentlich immer mit Training beschäftigt ist, auch an den Wochenenden. Das erfordert schon so ein bisschen Abstimmung mit seinem Umfeld, ansonsten kann es da schnell mal Probleme geben. Oder man trainiert halt so in der Gruppe oder das ist eigentlich noch besser, wenn man sich da im Freundeskreis für irgendein Rennen entscheidet und kann dann das Training zusammen machen oder im Frühjahr auch mal ein Trainingslager zusammen, dann hat man natürlich Spaß und alle sind da dabei und dann ist es für alle auch ein bisschen leichter, das ist auch eine gute Möglichkeit. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht Deviantri